Hallo und herzlich willkommen zurück zu Banjo und Kazooie Krantys Rache Im letzten Part haben wir den Möwenstrand abgeschlossen In diesem Part gehen wir in den Buch der Schwarzen Magie Ich bin gespannt was... Äh da rutscht man runter was mich da äh erwartet Ich hab überhaupt keinen Plan Soll ich zuerst rauf gehen oder soll ich zuerst... Äh... Überla Dann links Au Ach natürlich fliege ich zuerst einmal runter Ja lernen wir mal das Darf ich einfach nur warten Äh... Hm... Ah jetzt kommt das Der Schnabelsprung Da unten ist irgendwas Da ist irgendwer Da ist irgendwer Muss ich mich mal da zeichs finden Da ist ein Ginger Doof... Ja wo gehen wir zuerst hin Keine Ahnung Ja dann erkunden wir mal zuerst das da unten Gehts noch weiter... Da sind noch zwei Es fehlt da Ist viel da Der da da ist Der da ist ja gar kein Lose Witzakloste Mhhh... Aufgenommen ist in der Mitte des Platzes Komm, wenn da ist, Aua Ah ja, wenn man sich das weiß, ne Ja, es war dumm, dass ich gegen den Krent bin So, und jetzt Alles klar Ich glaube, da sollte ich abschießen Geht es da jetzt noch weiter? Nein, okay Das heißt, da haben wir mal alles Ja, ich würde mal sagen, wir schauen uns alles da unten an Ah, da ist der Ginger-Ding Okay, da werden Leben, die brauchen wir aber jetzt gerade nicht Da geht's rein, können wir da rein Rein halt Giftwolken Das ist auf jeden Fall vertrauenswürdig da, ich sterb gleich Ich glaube, das hätte ich Ich glaube, das muss ich mit der Verwandlung machen Wir probieren es doch einmal so Ja, das geht, das geht irgendwie nicht Na, keine Chance Geht nicht Also, vielleicht geht's schon irgendwie, aber Vielleicht brauche ich da mehr Leben, ich habe keine Ahnung Jetzt merken wir uns einfach einmal, dass da unten, ganz unten links was ist Aber ich glaube, das ist mit der Verwandlung Ah, nee, war ja leider nicht Drei fische Oh f**k! Ja, schwer ist eh nicht, aber es ist halt ein bisschen komisch. Schnell! Geschafft! So, dann mal das. Ja, dann schauen wir oben weiter. Dann gehen wir jetzt da, wo wir vorher nicht weiter gegangen sind. So, da rüber. Rauf oder rüber? So, da rüber. So. Es sind genauso wie die Feinde von damals. Äh. Gehen wir zuerst einmal. Okay, das geht irgendwie noch nicht. Ah, okay. Es ist immer da. Okay. Kann ich da wieder rauf? Nein. Das war dumm. Das war dumm. Ja, ein bisschen dumm muss man sein, oder? Ja. Ja, ich weiß. Ich bin fast immer dumm. Ja. So, dann... So, da rauf. Da rauf. Da hinten ist nichts. Da ist ein Puzzle auf dem Dach. Kann ich auch rein gehen? Da rauf. Ja, da rauf. Das sind's. Was ist das? Da rauf ist es. Hm, wo geht da? Wo das noch wechselt? Oder in Energieeier? Eier. Energieeier? Ja. Energieeier? Hä? Was bringt sich die Energieeier? Bringen die irgendetwas? Kann ich damit die auch besiegen? Nein. Schon wieder vergessen. Was ist da links drinnen? Vielleicht brauche ich da die Energieeier? Ja. Eins auf jeden Fall. Achso, ich werde nicht weiterkommen in die Energieeier. Äh, nicht in die Energieeier. Ja. Da ist noch eine Note. Da. Achso, jetzt kommt das nicht mehr... ...her, oder was? Na, jetzt kommt's wieder zurück. Das dauert aber lang, bis es... ...wenn der Dunkel vorne ist. Energieeier. Ein bisschen komisch. Komisches System, so Energieeier. Genau. Verstehe ich nicht ganz. Was? So, da ist ein Puzzle. Da nehmen wir sich noch ein paar Energieeier mit. Keine Ahnung, ob wir die irgendwo nochmal brauchen werden. Ja. Dich kann ich nicht besiegen. Glaub ich. Weiß ich nicht. Au. Geht's links auch? Nein. Ach. Erst. Immer wieder. So, aber da geht's drauf. Da ist ein Chinchya. So, das ist Chinchya Nummer 3. So, da geht's dran. Das sind ein paar Noten und Honequaben, falls man es braucht. Hier geht's rechts auch rein. Nein. So. So. Ah, okay. So, da ist Krante. Das Training. Unsichtbar. So. So. Es ist ein Statt. Spiele. Und. Wir haben den vergangenen. Da sollte er das Schild nicht aktiviert haben, wenn er unsichtbar ist, oder? Ich weiß, er spielt. Ja, das ist ein etwas leichterer Boss. Bis er ausschaut. Also, man lasst es da wischen, sollte ich. Was geschieht. So, ein Mamorkopf. Und ein Puzzle. So, jetzt kann ich wieder rausgehen da, ne? Schon wieder vergessen. Wie viel habe ich das nicht gebraucht? Überall. Gehen wir einfach raus da. So. Ja, auf dem Dach ist auch noch ein Ginger. Wie komme ich aufs Dach? Kommt mir aber auf das Dach. Wo ist der Ginger? Wo ist der Ginger? Aber ich... Ja, wo... Achso, da ist ein Bomb. Ja, wo gehe ich denn? Hä? Okay. Jetzt hat das wieder eine Fogelschirche eigentlich hieft. Dann glaube ich ein Bohrbierner. Ah, okay. Da ist da ein Sprung. Und ein El. Okay. Okay. Jetzt kann ich da auch endlich bohren. Ja, aber... So. Achso, okay. Ja, aber wie komme ich an das da ran? An das da, so ein Beispiel. So. Ja, wie hätte man denn die besinnen müssen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So. Jetzt fehlt eigentlich nur noch... der Giftsumpf, ne? Oder war ich da unten schon? Wo der war? Ja, da war der. Da rechts war ich schon. Der Ginger fehlt noch einer, was ich weiß. Aber ich schaffe das ja nichts, finde ich. Soll ich mal Leben holen? Ich schneide das euch kurz. Ich komme dann wieder mit... mit mehr Energie. Vielleicht schaffe ich es dann. So, jetzt haben wir ein paar mehr Leben als vorher. Ich glaube uns... Ich glaube das ändert nichts. Ich gehe mal da rauf. Ich weiß nicht, ob das... irgendwas ändert jetzt daran. Ich mag es aber trotzdem mal ausprobieren, ob ich jetzt das... äh... Puzzletal kriegen würde dann theoretisch, oder nicht. Warten wir nach einer Giftfolge ab? Ja, so war es auf jeden Fall einfacher als vorher. Ja, da ist Mambos Hütte. Ist ja dunkel hier drinnen. Ich brauche wahrscheinlich die Verwandlung von Mambo. So... Na... Gut. So... Was kann ich werden? Keine Ahnung, was ich werden könnte. Was ist das? Ich bin ja Kerzen. So... Was haben wir da? Au... Ich bin immer... Au... Au... Ich glaube wirklich gut, dass ich da vorne hütt bin. Das war der letzte Ginger. Das ist richtig anstrengend. Wieso... Wieso ist es auf einmal so schwer? Ach, das ist gemein. So, und unten einmal? So... Das kann man irgendwie nicht anzünden, komischerweise. Ach so... Ach so... Ah, ich verstehe. Oh, das ist die Sauerstatt 4. Ah... Muss ich mal merken... Warte mal... Dreieck ist eins... Warte mal... Stern ist alle, ne? 3 Qua 1... 4 Qua... 1... 4 Qua... 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 5 Qua... 5 Qua... das ist krass das genau das ist krass als es rechts unten und links schon schon schwer also nicht ultra schwer war schwer aber sonst ist da nichts mehr da war nur also nur gut dann kann ich da zurückgehen zurück das leben hätte ich noch gern da was ist da links kann ich da nicht dran ich weiß nicht ob die kerze noch irgendwo brauche grüße ist kein ort wo ich die kerze noch brauche auf die schnelle auf die schnelle auf die schnelle auf 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 Ja, eins fehlt. Irgendwie ist es dort, wo ich jetzt nicht reinkomme, oder ich habe irgendwas übersehen. Also, ich habe irgendwas übersehen. Ich habe keine Pnoten, habe ich alle. Da links war ich schon oben. Ihr könnt es mir dann auch in die Kommentare schreiben, ob ich irgendwas übersehen habe. Ich lasse es mal gut sein, ein Puzzleteil fehlt. Ja, ich habe ein bisschen was offscreen geholt, während er es nicht... Eine Honigfarbe... Irgendwer ist nicht mehr Honigfarbe holen wollt. Also, die Dings holen wollt. Ich brauche die Verwandlung fürs nächste, ne? Boah, wir haben 10 mehr. Kann ich jetzt eigentlich gleich zwei Levels auf einmal aufmachen? Schauen wir mal. Ich habe auf jeden Fall mehr, als ich brauche. Ich habe auf jeden Fall mehr, als ich brauche, 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 als ich brauche. Fuhren kann oder nicht? Das eine Puzzleteil, was mir noch... Jetzt das fehlt? Ich weiss es nicht. Lass mich das gerne in die Kommentare schreiben, oder ich will es nachschauen. Sooo Auuu Sooo Was wollen wir eigentlich da durchführen? Hier möchtest du ein Spiel spielen? Ich gebe dir 15 Versuche Und sehen wie der äußere Feindler schaust Da hältst du einen Schatz Was muss ich machen? Probieren wir es einmal Also einfach abschießen Das ist ein Puzzlesaal wert? Alles klar Ich sehe das In der Asphalt Cool Ich habe überhaupt keine Ahnung wie lange das Spiel ist Es gibt angeblich nur 600 Noten Also wie der Spiel nicht alt Zu zu lange sind Das ist ein Shinjo Aber den kann man auch nicht Ich kann da rüber gehen Ich kann da rüber gehen Spiral Berg Punkt mit glaube ich nichts Dann ist da rauf Ja wir können ein bisschen ein Erkundungspartes machen Oh Oh da ist ein Shinjo Jetzt fehlen da auch nur noch 20 20 Wohl goldene Federn Wohl goldene Federn Ja Aber Ich würde sagen Den machen wir In den nächsten Part Ich hoffe der Part hat euch gefallen Wenn ihr auch hinterlassen Daumen Und wenn ihr es noch nicht abonniert habt Dann tut es abonnieren Sonst würde ich sagen Bis nächstes mal Bis bald Und Ciao